Ich weiß nicht, Alisa meinst du, wie heißt dieser? Ich hab guckst du, ich hab nur Match gemacht. Nur Match! Nur Match! Keine Zuhause, keine Treffin, keine privaten... Wallah, doch! Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen! Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Wurdest du gerade angerufen? Wurdest du gerade angerufen? Nein, guckst du! Nein, 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 guckst du! Nein, guckst du! Ich sag dir! Hallo damit! Guckst du! Ich sag dir wirklich! Nur vertraue mir, ich vertraue dir! Nichts als Hallo! Vielleicht, ich weiß nicht, wer bei Instagram... Bei Instagram-Grufe kommen... Ich bin bei diesem Instagram, Habibi! Was du denkst, falsch nicht denken, ich hab dich gesagt! Falsch nicht denken, Habibi einfach! Dieser Mensch, der hat kaputt gemacht! Einen Monat, ich bin traurig! Einen Monat, zwei Monat... Die Leute jeden Tag fragen, jeden Tag schreiben... Du weißt, was passiert mit mir? Was passiert? Und du heute kommst bei mir und sagst, Entschuldigung Rambo! Was passiert? Ich hab was gemacht, falsch gemacht! Und kommst du wieder, redest du Nein, das ist dein Fehler! Alter, du hast angefangen dann mit Rambo! Du hast zuerst angefangen! Nicht ich, verstehst du's nicht! Ich streite mich im Live mit einer Chick! Du gehst, bearbeitest diese Chick! Die geht sich auf dich auf! Die schreibt, und du bearbeitest diese Chick! Was?! Ich bin seit einem Monat in Traurig! Die Leute fragen! Ich hab jeden Tag weinen! Jede Tag weinen! Junge, du gehst die ganze Zeit mit anderen Frauen live! Ich seh das jeden Raum auf meiner For You! Ich geh auf meine Stadt... Das alles macht F***! F***! Die extra machen! Glaub mir, oder diese Leute... Menschen, die machen... Wie wollen die extra... Die machen... Wie wollen die... Verarschen eigentlich? Schimpfst du dich gerade gar nicht eigentlich, so was zu sagen? Jeder hier, jeder hier weiß ganz genau, dass du die ganze Zeit auch For You mit anderen Frauen bist! Das ist dein Content! Schimpfst du dich aber gar nicht gegenüber mir? Hast du nicht mal ein bisschen Respekt? Nicht mal ein bisschen? Ich hab damit... Ich hab dich gesagt, okay? Ich hab auch Gefühle! Ich hab auch Gefühle! Rambo, ich hab auch Gefühle! Das tut weh! Das verletzt mich! Verstehst du's nicht? Ja, nein! Tut weh! Das tut weh! Der erste tut weh! Der erste Gefühle! Ich hab die erste Gefühle! Ich hab noch nie so Gefühle gesehen wie mich! Und der Pfarrer bei mir schreiben! Ich nix antworten! Ich geh nicht reißen! Ich geh nicht schreiben! Ich geh nicht lesen! Erste Gefühle! Ich hab einen Mann noch nie gesehen bei meinem Leben, wie Rambo eine Gefühle hat! Noch nie Leute! Noch nicht! Ich versteh das nicht Leute! Was für Gefühle Leute! Es ist von hier kaputt bis hinten Leute! Ganz kaputt Leute! Ganz kaputt Leute! Ganz kaputt Leute! Die haben alle das gesehen! Seit einem Monat! In einem Monat bin ich so traurig! So traurig! So traurig! Und jetzt kommt bei mir! Ich muss sagen! Entschuldigung Rambo! Entschuldigung, dass du eine andere Frau fickst! Während ich mit dir ein Verhältnis habe! Willst du mich eigentlich komplett verarschen! Rambo! Schämst du dich gerade gar nicht! Schämst du dich gerade gar nicht! Schämst du dich gerade gar nicht! Du versuchst die ganze draus zu rücken! Was soll ich mich bei dir entschuldigen! Wenn du eine Frau bearbeitest während wir was haben! Hey! Willst du mich verarschen man! Ich verarschen dich eigentlich! Willst du mich machen! Was denkst du dir eigentlich? Ich habe... Hast du dich einmal bei mir entschuldigt? Hast du gesagt damit ist... Du hast dich nicht ein einziges Mal entschuldigt! Hey! Komm mal auf den Kippe! Du hast dich einmal bei mir entschuldigt! Weißt du wie das mir weh tut? Jeden Morgen sehe ich deine Fresse auf meine Folie mit anderen Frauen! Ja! Dieser bitte sag ich bitte das nicht sag ich! Ich hab gesagt die macht fake! Die macht alles an fake machen! Die will nicht beide zusammen sein! Verstehst du das oder nicht? Ich hab dir das erste mal mit... Ich hab dich gesagt! Ich hab Gefühle! Du hast bei mir gesagt ich vertraue dir und bis jetzt habe ich Vertrauen! Und du gekommen guckst du! Du weißt tut weh! Jetzt bin ich wirklich sehr glücklich wenn du bist hier! Ich auch! Ja Damien! Ja! Ja! Ich hab wirklich nicht zu viel vermisst! Gerade bei mir wegen so glücklich wein gekommen! Ja! Bei mir auch! Ja! 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 Die Leute weißt du! Die Leute machen will nicht! Guckst du jetzt! Die Leute pass! 17.000 Zuschauer! 17.000 Zuschauer! Alle sind glücklich jetzt! Das alle sind meine Team! Die will beide zusammen sein! Aber manchmal fitner Leuten gilt's! Will nicht zusammen werden! Damit! Oh meine alles! Oh meine Liebe! Hamburg! Ja! Ja! Hör doch auf! Hamburg! Aber geh nicht mehr mit Frauen live! Ich geh nichts! Ich geh gar nichts! Gar nichts fertig damit! Ja! Du weißt! Ich hab früher gegangen, aber ich hab immer trafik! Weil ich keine lachen würde! Ja! Weil mir früher kein lachen würde! Weißt du! Ja! Guckst du Leute! 18.000 Zuschauer! 18.000! Leute! Von Herzen! Ich sage Leute! Von Herzen Leute! Ich sage wirklich! Das ist meine Ernst Leute! Und äh! Ich kann nicht erklären Leuten! Damit ist da Leute! Damit hat äh! Immer äh! Gefühle und liebe mich bis immer! Und ich auch Leute! Damit! Wie geht's dir mein Lieber? Jetzt geht's mir schon richtig besser! Richtig besser! Oh mein Gott! Mir geht's jetzt sehr besser! Aber du hast wirklich nicht gut gemacht! Du auch nicht! Nein wirklich! Du hast... Guckst du! Ich hab einen Kampf... Boxkampf! Aber du hast... Warum getroffen? Warum hast du getroffen? Warum? 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 Warum hast du getroffen? Wirklich! Bei mir Kopf kommen! Ich bin wieder sauer! Wann dieser ist schuld! Ich bin wirklich... Ich kann nicht zum Beispiel so glücklich bleiben! Alter! Hängeblieben! Wieso kommst du jetzt wieder mit diesen Themen? Ich... Das... Ich weiß nicht! Bei mir... Ich hab einen Kampf im 4. März! Ganze Deutschland weiß! Warum? Ich vergiss ihn das! Ich... Ich hab einen richtigen Kampf! Und du darfst bei mir Kopf kommen! Ich will... Ich will das vergessen! Aber ich kann nicht vergessen! Warum hast du getroffen? Ja! Eine Penner! Die kennt nicht mehr! Deutschland kennt nicht! 3.000 Zuschauer immer! 2.000 Zuschauer! Und Rambo jetzt ganze Deutschland guckt! Jetzt weißt du! Ganze Deutschland Rambo guckt! Bekannt bekommen in ganzer... ganze Europa! Lieber... Lieber... Nicht streiten! Lieber bekannt! Lieber einfach herzer bekannt! Eine... Eine... Erster bekannt in ganzer Deutschland! In ganzer Europa! An jedes Land... Mensch! Aber du hast mich so gemacht! Warum? Warum einfach? Sag was passiert! Was gibt... Was hat gegeben bei dir? Geld gegeben! Was hat gegeben? Erzähl hier! Wirklich! Krambo! Es tut mir leid! Was tut mir leid? Mach du einen... Mach mich kaputt! Und sag ich komm und tut mir leid! Du hast mich kaputt gemacht! Du hast mich... Ich hab einen Kampfbuchstampf! Jetzt ganze Deutschland weiß! Und du sag ich jetzt komm! Tut mir leid! Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Das ist deine Ems! Schämst du dich nicht? Hast du dich geschämt, während du sie bearbeitet hast? Was? Hä? Was? Adisa? Hast du dich geschämt? Sag mal! Hast du dich geschämt? Hast du... Hast du eine Sekunde gedacht? Alter! Was denkt damit? Hast du... Hast du eine Sekunde gedacht? Nein! Währenddessen... Ich hab nur live gemacht! Ich hab nur live gemacht! Ich hab nur live gemacht damit! Ich hab nur live gemacht! Du hast mich verletzt! Du hast mit meinen Gefühlen gespielt! Nix gespielt! Ich hab nicht gesagt! Nix gespielt! Ich niemals bei den Gefühlen gespielt! Niemals! Und wir bleiben bis immer! Wir brauchen zweite Rambo! Zweite Rambo! Ja! Habibi damit! Ja! Familie! Bis immer! Bis immer wir! Weißt du? Und diese Leute... Und gucken... Und sagen... Wow! Ja! Aber wie soll ich dir verzeihen, wenn du... Wie soll ich dir verzeihen, wenn du mein Vertrauen missbrauchst? Wie soll ich dir vertrauen jetzt? Sag mal! Wie soll ich dir vertrauen? Wie soll ich dir vertrauen? Wie soll ich dir vertrauen? Was vertrauen? Du wirst nicht... Ich hab eine gute Hilfe! Sauber Hilfe! Ich nicht Fehler machen! Okay! Ich hab mit... Okay! Fleisch mit Frau! Ich hab live gemacht! Fleisch! Ich hab live gemacht! Aber ich hab... Alter! Denkst du, ich bin psychisch gestört? Und heul jetzt rum, weil du mit jemandem live machst? Du machst sie im Livestream an! Die machen dich an! Alter! Ich hab auch irgendwie so... Herzkrampf, wenn ich sowas sehe! Das tut auch weh! Ich bin eine Frau! Ich hab Gefühle! Ich hab Emotionen! Wenn ich sowas sehe! Du weißt gar nicht, was... Was in meinem Kopf alles passiert! Das tut mir weh, Mann! Verstehst du mich? Versteh... 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 Ich versteh dich! Aber du verstehst mich! Aber du verstehst mich! Was hast du gemacht? Ich hab dich gerade... Ich hab dich gerade... Ich hab... Ich hab... Erzählt! Okay! Ich hab mit Frau live gemacht! Ich hab extra... Ich hab... Du bist sauer werden! Du musst sauer werden! Ich hab das extra gemacht! Aber ich hab keinen Kontakt! Keiner Kontakt! Ich hab nichts gefolgt! Allein! Ich hab eine nicht gefolgt! Allein, dass du dein Ding da unten bei ihr reinschiebst! Das reicht schon aus! Weißt du, wie du mein Vertrauen missbraucht hast? Ich hab mich mit ihr gestritten, Rambo! Ich hab mich mit ihr gestritten! Sie kommt zu dir nach Hause! Nicht mal ich war da! Aber sie kommt zu dir nach Hause! Sie sagt... Warum hat sie gestritten? Was? Was? Sie hat... Sie hat... Gelugt! Sie hat extra gesagt! Sie will nicht! Wir beide zusammen mit dir! Du direkt glaubst sie? Und was sie sagt? Sie hat meine Foto geschickt bei dir? Nein! Du hast gesagt! Ich würde... Wallah! Nur zweimal ich gekommen! Bei ihr! Wie hat sie gesagt? Du hast gesagt! Ich hab extra gesagt! Du musst selber werden! Aber sie ist nicht gekommen, ja? Leute, was ist das hier? Was ist das mit mir? Aber warum sagst du? Wallah! Ich bin zweimal in ihr gekommen! Wer gekommen? Du! In mir! Wallah! Bei Allah! Ich bin nicht gegangen! Bei Gott! Bei Gott! Bei Gott! Ich bin nicht gegangen! Du vertraue mir! Aber ich hab dich gesagt! Nicht sie! Nicht sie! Nicht sie! Nicht sie! Einfach! Was ich sagen! Glaubst mir! Einfach fertig! Immer Gefühle ist das Gefühle! Und das Vertrauen! Du musst jemandem vertrauen! Weil wir... Du willst haben! Guck mal! Ich hab dir vertraut! Ich hab auch! Aber du bist in ihr gekommen! Du warst in ihr drinnen! Verstehst du's nicht? Wie soll ich dich jetzt nehmen, wenn du in ihr gekommen bist? Willst du mich verarschen? Damit! Denkst du mich juckt das nicht? Denkst du du bist mir scheißegal? Ich hab nichts gemacht! Ich hab nur mehr! Ich hab gesagt! Ich hab nichts gemacht! Ich hab nur mehr! Sag! Wallah! Nur zweimal damit! Wallah! Nur zweimal! Und jetzt sagst du nein! Ich hab nicht heiraten! Ich hab vielleicht! Ich hab einmal! Ich weiß nicht! Aber guckst du! Mir geht nicht! Ah! Ein oder zweimal! Oder keinmal! Sag es mir jetzt! Rambo! Ist nicht witzig! Sag! Sag doch! Bist du jetzt einmal gekommen? Zweimal? Oder gar nicht? Sag! Sag doch! Sieht aus wie ein Baum! Redet mit mir! Ich hab zweimal gemacht! Ja! Okay! Schön! Okay! Ja! Okay! Ich hab Wallah gesagt! Wallah! Ich sag nicht! Ich muss ehrlich sein damit! Du weißt! Ich hab Gefühle für dich! Du auch! Die leben mit mir! Was ist los jetzt? Soll ich dir jetzt vertrauen? Was ist los? Meine Emotionen spinnen gerade! Ich hab nur zweimal gemacht! Ich hab nur zweimal gemacht! Nur zweimal! Du bist zweimal in ihr gekommen! Während wir beide halt Kontakt haben! Nein Wallah sie gekommen! Ich nicht! Ich schwöre bei Gott! Sie ist gekommen! Du nicht! Nein ich nicht! Wallah! Ich bin nicht gegangen! Sie gekommen! Aber du gekommen in ihr! Ich muss ehrlich sein! Während wir Kontakt haben! Weißt du was ich meine! Weißt du was ich meine! Weißt du was ich meine! In good love! Weißt du was ich meine! So das tut weh! Mein Herz tut weh! Tut mir leid damit! Tut mir leid damit! Und dann geht's! Und dann geht's!